Entscheidung gefallen Hertha BSC hat sich nach Kicker-Informationen die Dienste des umworbenen Zweitligastürmers Pascal Köpke von Erzgebirge Aue gesichert. Der Wechsel könnte den Hauptstadt-Klub demnach mehr als 2 Millionen Euro kosten, je nachdem, wie hoch die Beteiligung von früheren Vereinen des 22-Jährigen ausfällt. Um den Sohn von Bundes-Torwart-Trainer Andreas Köpke hatten mehrere Vereine gebuhlt, Hannover 96 wehnte sich der Verpflichtung schon ganz nahe. Entsprechend enttäuscht reagierten die Niedersachsen, er hatte uns fest zugesagt und auch schon mehrmals mit Trainer andere Breitenreiter gesprochen, sagte 96-Manager Horst Held dem Kicker. Pascal Köpke steht seit 2016 bei Erzgebirge Aue unter Vertrag, stand in der abgelaufenen Zweitligasaison in allen 34 Spielen für die Sachsen auf dem Platz und erzielte dabei 10 Tore. 2 1 1 2 2 2 2 3 10